Seminar in München morgen, um gleich mit dem Schlimmen anzufangen. Also eins der großen Megatrends ist der Klimawandel und den müssen wir uns anpassen. Das führt zu verschiedenen Folgen. Also Verkehr muss anders werden, die Energie muss sich verändern. Anpassen meine ich jetzt, das wird heiß, Bäume pflanzen und Ressourcen sparen. Und dann, das heißt also, muss aber nicht nur negativ sein. Wenn wir nicht ständig Auto fahren, dann ist es ein bisschen gesünder. Wenn wir nicht irgendwelchen Dreck verheizen, haben wir weniger Dreck in der Luft. Mehr Bäume macht es kühler im Sommer und Ressourcen sparen. Wir können nicht alles einfach nur kaufen, wegschmeißen, mehr teilen, mehr mit den Nachbarn kooperieren. Dieser Klimawandel ist aber nicht der einzige Megatrend. Der andere Megatrend ist Smart City. Digitalisierung geht weiter, es kommt zur KI, wird kommen. Das wird einiges verändern und auch noch, ich habe mal gesagt, zur Glücksforschung. Einfach nur arbeiten, das ganze Leben ist ja auch nicht. Und Grün macht glücklich, sich bewegen, Gesundsein macht glücklich und mit Nachbarn reden und sich helfen macht auch wieder glücklich. Das heißt, das ist alles vernetzt. Also der Klimawandel führt vielleicht zum Mehrradfahren und Mehrradfahren führt zum besseren Leben. Und ich sehe auch, unsere Stadt speziell haben wir schon bei dieser, ich nenne es gerne Klimakatastrophe, weil es wirklich dramatisch ist. Aber wir haben gewisse Chancen, weil wir kriegen ja das Wasser aus den Alpen. Das wird nie völlig versiegen und wir haben kein Meer, so wie Bangkok. Das heißt, die Isar wird uns nicht ständig überschwemmen. Erdbeben hatten wir noch nie. Ich sage, gemäßigtes Klima, wir jammern im Sommer. Aber im Vergleich zu Dubai ist es ja immer noch ein Witz. Und die Geothermie wird dafür sorgen, dass wir hoffentlich im Winter auch nicht frieren. Das heißt, es ist kein schlechter Standort, den wir hier so rein zufällig haben. Was machen wir? Wir bauen zu dem Thema YouTube-Videos. Also ihr macht es. Und da gibt es so drei große Themen. Das hässliche München, was schief läuft, was läuft jetzt schon gut und was ist die Zukunft. Mein hässliches München, da kann man dann, das ist unser Leonroplatz, nicht weit weg von der Schule. Wobei ich jetzt auch nicht wüsste, wie man das jetzt schöner gestaltet. Das nächste Thema, was läuft gut, auch interessant sind Startups. Also schon Ideen, die es gibt, nicht weit weg von der Schule im Kreativquartier Munich Urban Colab. Da sind junge Leute und die planen schon die Zukunft. Die wollen Startups gründen. Also da gibt es ja Cargo, Bikes und Elektro und hier überall Ideen, Ideen, Ideen. Also welche Firmen könnte man gründen, da geht es wirklich sehr viel um die Stadt. Also um das München von morgen schön zu machen, damit es gut lebt. Und unsere Ideen, das ist das, was mich eigentlich am meisten interessiert. Also was habt ihr dann für Ideen, was würdet ihr gerne machen? Ich habe da mal nur so die Campus-Idee. Wir haben ja hier Rupprecht, das AWG und die Alfons-Schule und es gibt die Idee, das ist hier um die Autos rauszuschmeißen und grün zu machen. Die ist nicht von mir die Idee, aber da könnt ihr mal nochmal drüber nachdenken. Könnt, könnt schön sein. Das Grundproblem ist natürlich, wenn die Autos hier nicht fahren, wo fahren sie dann? Dann hat man vielleicht woanders den Verkehr. Also so ganz so einfach wird es nicht sein. Also wir haben beim Verkehr diesen Grundkonflikt. Wie viel Platz kriegen die Autos? Ja, weil die meisten fahren ja nicht zum Spaß in der Stadt rum, sondern müssen von A nach B. Mir gefällt dieses Kunstwerk sehr gut, das zurzeit am Stachus steht. Sein Auto wird gefressen, das ist herrlich. Und zufällig, die Künstler arbeiten im Kreativquartier, nicht weit weg vom AWG. Also da können wir auch mal hinschauen. So, von diesen YouTube-Geschichten, ich denke an Low-Tech. Also Filme mit dem Handy, keine riesen Kamera und so weiter. Kurze Filme, drei bis fünf Minuten. Viele Filme und das Wichtigste ist aber, die Idee, es darf nicht langweilig sein. Also so knapp und immer ein Film, eine Botschaft, wo man sagt, ja, schön, pass. Ja, dann, YouTube ist der Kern, aber wir gehen vielleicht auf Insta mal schauen. TikTok, Mastodon gibt's, Facebook, Twitter. Also darüber reden wir dann. Das kann sich auch vernetzen. Man kann dann auf Insta sagen, wir haben was Neues auf YouTube und so ein bisschen hin und her. Aber es soll wirklich in die Welt hinaus. Also keine Filme, die nur irgendwo in unserer Schule rumliegen, sondern Kommunikation mit der ganzen Erde. Und Voraussetzung für dieses P7-9 ist vor allem Neugierde. Ich habe jetzt viel über Verkehrswende gesprochen, aber München hat dieses Megathema Wohnen, ist viel zu teuer. Und wenn die Energie immer teurer wird und wenn die Wärmedämmung dazukommt, dann haben wir ein Problem, das wir irgendwie lösen müssen. Und Sharing ist auch gut. Also eben, wir teilen, wie kriegen wir das hin, dass wir alles teilen? Mehr Bäume pflanzen, auch Ernährung. Wir werden uns in 20 Jahren fleischarmer ernähren müssen, gesünder ernähren, aber es wird wahrscheinlich sogar besser schmecken. Also, wer interessiert sich dafür? Ja, der ist da richtig. Also, wer geht mit offenen Augen durch sein Stadtviertel und denkt sich, hm. Und wer ist optimistisch und sagt, ihr müsst wissen, ihr, eure Generation, wird München wirklich mitgestalten, mitverändern. Das ist nicht alles betoniert. München war vor 50 Jahren anders, wie es jetzt ist und wird in 50 Jahren wieder anders sein. Oder sagen wir in 30 Jahren. Und das ist die Zeit, in der ihr das gestalten könnt. Zweite Voraussetzung ist, ihr müsst selbstständig sein. Also nicht immer nur warten, dass ich was tue. Hier, Stadtwerke München. Das heißt, mal fähig sein, selber eine Mail hinzuschreiben, Kontakte knüpfen, vielleicht auch mal ohne Lehrer hinfahren, Film machen, den Film erstellen, den Film bewerben. Und da ist ja am Anfang, machen wir das schon auch gemeinsam. Aber irgendwann müsst ihr da die Voraussetzungen, das selber zu machen. Keine Internet. Reine Internetrecherche ist fad. Das schaut keiner. Ihr müsst wirklich hin. Und das ist auch die Idee von dem P-Seminar. Also wir haben das Kreativquartier, wir haben die Stadtwerke, also mit Leuten reden, was Neues kennenlernen. Es geht auch um Berufsfelder. Was wollt ihr studieren? Und vielleicht kriegt ihr da Ideen. Das ist so, die immer das, worum es im Hintergrund immer geht. Und von den Filmen, so wie dieses Video jetzt, ihr müsst kein Gesicht zeigen, aber eure Stimmen sind in dem Video. Das muss einfach. Und ihr müsst mit dem YouTube arbeiten. Das muss euch schon mal klar sein. Genau. Und Ablauf, Termin ist grundsätzlich bei uns an unserer Schule immer 14.25 bis 16 Uhr. Wir können da, wir sind da flexibel, ist kein normaler Unterricht. Wir können auch sagen, wir machen mal länger und den nächsten Dienstag machen wir frei. Also ich habe jetzt hier mal so 20 Uhr, also mal so lange arbeiten, bis das Video im Kasten ist, fertig. Und dann wieder einmal frei machen. Also Ziel wäre so ab den Herbstferien ein Video pro Woche. Wir sind ja 15 bis 20 Schüler und Schülerinnen. Und wenn wir in Kleingruppen von ein bis zwei Leuten an einem Video, das müssen wir mal schauen, wie sich das so entwickelt. Also es muss nicht jeder jede Woche ein Video machen. Aber wenn wir da so im Ablauf hinkriegen, dass wir einen Kanal hätten, der regelmäßig was Neues liefert, das finde ich spannend. Und es gibt noch ein Parallelseminar von der Wirtschaft. Die wollen mehr in die Politik, die wollen aber mit uns zusammenarbeiten. Die haben die gleichen Themen, die sie aber, während wir da so kreative Videos machen, die packen das ein bisschen anders an. Und die Kombination, die könnte echt spannend sein. Vielen Dank.